Ja, wir wollen uns das jetzt nochmal anschauen unter der Lupe, und zwar in einer vergrößerten Abbildung, um da nochmal ein paar Details hervorzuheben. Man sieht es hier im ersten Ansatz, dass die beiden Spitzen fast auf Höhe der Innenverteidiger stehen, aber auch gut weit weg, dass der Torwart also durchaus auch noch anspielen kann. Dadurch, dass die Spitzen sehr breit stehen, ist natürlich auch beim langen Ball ein rein theoretisches Anlaufen auf den Außenverteidiger auch hier mal möglich. Also das muss man natürlich auch mit dem Kopf haben, dass man dann da versucht, den Außenverteidiger vielleicht sogar dann wieder bewusst nach innen zu steuern. Da gibt es also auch zig Varianten, aber von der Ausgangsposition her ist das okay. Und wenn man jetzt mal weiter sieht, das Anlaufen ist natürlich hier auch wichtig, man sieht das hier. Ja, der läuft also einen kleinen Bogen, um den Außenverteidiger aus dem Spiel zu nehmen. Ich sage es nochmal, wenn der Außenverteidiger sich nach da fallen lässt, ist der natürlich kaum aus dem Spiel zu nehmen. Das ist klar, aber das ist ja schon mehr ein Rückpass wieder und der tut ja auch keinem weh. Häufig ist es auch so, dass der Außenverteidiger noch weiter vorgeschoben steht, vielleicht sogar hier. Und das ist für den zentralen Spieler, für die zentrale Spitze sogar noch einfacher ist, hier den Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Es ist wichtig, dass er in der Ausgangsposition, wenn er hier steht, natürlich den Spieler sieht, dass er sich orientiert, wo ist der. Nicht, dass er zu weit den Bogen läuft und der steht jetzt hier und der spielt den ganz einfach raus. Das ist ein wichtiger Punkt, das müssen die Stürmer auch so ein bisschen drauf haben, dass sie den Außenverteidiger wirklich auch rausnehmen aus dem Spiel und dann natürlich den Innenverteidiger auch in eine Drucksituation bringen. Nicht zu weit Abstand lassen, anlaufen, Druck machen und dann das Anspiel vielleicht hier in die Raute hinein zu provozieren. Und man sieht es hier deutlich, da ist überall, egal wo der jetzt hinspielt, flach in die Raute rein, sofort die Möglichkeit gegeben zu pressen, schnell umzuschalten. Und die ideale Lösung sehen wir hier, daraus ein Tor zu machen.